Musik Also ich habe vor 12, 13 Jahren schon als Ferialpraktikantin in der Firma gearbeitet und dadurch hat sich das entwickelt und ich bin halt hängen geblieben, mittlerweile seit 11 Jahren fast Vollzeit. Also ich habe mich für Hörbeck entschieden. Hörbeck ist in der Branche ein sehr bekanntes Unternehmen, was mir persönlich sehr wichtig ist, bei einer Firma zu arbeiten, die gut ist in dem, was sie macht. Ich habe vorher die Firma Hörbecker nicht gekannt. Zufällig hat dann bei meinem letzten Arbeitsgeber ein Kollege begonnen, der war vorher bei der Firma Hörbecker und am letzten Tag, bevor ich Toten gegangen bin, habe ich nochmal nachgefragt, glaubst du, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, bei Firma Hörbecker zu beginnen? Und er hat gesagt, ja und seitdem bin ich im Unternehmen. Hörbecker steht für mich für Tradition. Das Unternehmen gibt es sehr lange schon und hat dadurch auch eine sehr interessante Geschichte. Ist trotzdem innovativ, also immer weiter innovativ, auch schon seit über 120 Jahren. Gereizt hat mich die Fertigungstiefe der Firma Hörbecker. Es sind sehr viele Maschinen an diesem Standort und es geht von der kleinsten Drehmaschine los bis eine Laserschneidmaschine und Fünfachsmaschinen. Ist ein sehr breites Betätigungsfeld. Zufallsfeld und Fünfachsmaschinen. Und am头 mit innen. Und amodo mit eurer Würz..... Jä吉el. Vielen Dank.